ok dann auch hier überall tolle bilder ja das sieht hier immer so eine super familie aus aber man kennt sie die toilette ok mal schauen ob er doppelkenn kostüme mal schauen ob wir hier auch so eine challenge haben oh ja zwei sterne müsste ja leichter wie bei kartmans fokussieren und dann wird losgeschissen das haben wir auch geschafft schwebender schildkrötenkopf bio gefahren gut was 20 ep lass mal gucken missionsgegenstände noch gar nichts anscheinend einstellungen galerie fotogalerie hintergrund anpassen ok schauen wir mal ein bisschen durch na ist ok ja wir haben eine spider-man app smartphone farbe ja schwarz lassen wir hintergrund das lassen wir mal so fotogalerie kostüme schauen wir mal was wir hier so dabei haben ok die müssen wir freischalten alles klar das ist ja unser superhelden outfit charakterbogen dein charakterbogen zeigt einen fortschritt auf deinem superhelden abenteuer an verdienen verdiene dir titel um dein charakterbogen weiter auszufüllen außerdem erhältst du dafür ep und der kuhn legt dir eine belohnung in spielzeugkissen in deinem schlafzimmer ok wir können unseren heldenrang steigern nächste freischaltung artefakt platz ok weiß ich auch noch nicht was es damit auf sich hat aber das werden wir sehen klo nutzer gemeistert ok hier haben wir anscheinend die quests sind wir ja noch am anfang schauen wir mal was da noch alles dazu kommt ok was haben wir hier das schlafzimmer der eltern kann ich noch nichts machen hier kann ich den fortschmeißen vielleicht später müssen wir nochmal zurückkommen da können wir anscheinend noch nichts machen dann kommen wir halt nochmal zurück aber wir räumen trotzdem schon mal alles aus verhaltenskodex für hobbit und piloten ok alles mitgenommen dann kommen wir nochmal zurück so dass hier müsste ja das sein das ist nicht das zimmer mehr gibt es anscheinend noch nicht das ist bestimmt das zimmer aber das ist noch gesperrt also müssen wir auf jeden fall nochmal zurück kommen vielleicht müssen wir aber das auch erstmal finden ok dann schauen wir mal weiter ist ja nicht unser stro dann gehen wir mal weiter der wollte kein selfie mit uns machen oh der könig ist wieder da ja wenn ich zu hause bin spiele ich Star Trek VR und das wird richtig geil oh ja das wird richtig geil sorry ich folge nicht jedem mit den sozialen Zwerken dann eben nicht ach das hier ist wieder bei uns ach das hier ist wieder bei uns mit Leuten die an Kamera ja gut das wissen wir ja schon mit Leuten die an Kamera ja gut das wissen wir ja schon hm ein Selfie klar leg los yeah ein Selfie so auch für dich den Brutalisten neuer Follower Postworte ok cool nice ok ich schätze du bist beliebt genug für ein Selfie ok ich schätze du bist beliebt genug für ein Selfie dann machen wir auch mit dir ein Selfie auf geht's so auch für dich den Brutalisten Glück neuer Follower Mati jetzt sind wir wohl Freunde 3 von 4 neuer du hast den Rand des bekannten Universums erreicht dahinter liegen die Grenzen von Raum und Zeit ok alter damit meine ich Dreh um alter damit meine ich Dreh um naja dann sag's mir doch sag's doch direkt man so wenn ich zu Hause bin spiele ich Star Trek VR und das wird richtig geil oh ja das sind genug gemeinsame Freunde für ein Selfie ok dann machen wir doch ein gemeinsames Selfie so der Brutalisten Wuhuu Kevin Stowling neuer Follower nicht übel Wunderarsch du sammelst schnell Follower weiter so ein paar von den Kuhnfreunden erreiche ich nicht schau doch mal nach was los ist drücke Tab um auf dein Smartphone zu sehen haben wir übrigens wieder WAST um die Karte zu markieren und öffne sie dann mit ok jetzt haben wir eine Karte dabei die hatten wir gerade noch nicht drücke Q um dir verfügbare Mission anzeigen zu lassen ja drücke X um dir eine gewählte Mission auf der Karte anzeigen zu lassen die Ketten von Super Creek triff dich mit Kyle bei seinem Haus die Ketten von Super Creek so hast du eine Mission angenommen kannst du sie mit F fest auf der Karte markieren du erhältst Benachrichtigungen für fest markierte Missionen wenn ihre Ziele aktualisiert werden ok so da haben wir also einmal müssen wir zu Craig und einmal müssen wir zu Kyle äh ja das ist jetzt die Frage was ist näher da ist Craig da sind wir ja gehen wir als erstes mal zu Kyle das ist jetzt näher ok Escape drücke M gedrückt für die Minikarte und Missionsinformationen anzeigen zu lassen ah ja ok Minimap auch geil ok super ja wir haben auch 24 EP dazu bekommen so machst du auch jetzt ein Selfie ich helse du bist beliebt genug für ein Selfie ja ok Pissar ey gerade war ich nicht so Brutalisten gerade war ich nicht gut genug und jetzt auf einmal sind wir wohl Freunde die Garage ist noch gesperrt so da machst du bestimmt jetzt auch ein Selfie ok los gehts neuer Follower neuer Follower dafür das coolste crime bis zu unserem Beitritt nur 6 Follower insgesamt hatte und wir jetzt auch schon 6 haben hm das würde mir zu denken geben cool hey Randy was hast du denn hey du weißt du was darüber irgendwer zerkratzt nachts das Auto meiner Frau ähm nein jede verdammte Nacht ich dachte es wäre eins von euch Kids aber hier komm mal her schau dir das an hm wer auch immer das Auto zerkratzt hinterlässt Nachrichten klingt irgendwie nach einem eifersüchtigen Liebhaber hm erzähl mal ich dachte wir hätten was besonderes ich werde allen von dir erzählen du Schlampe ich will den Scheiß nicht ständig raus polieren wenn du heute Nacht den Kerl erwischst der das Auto meiner Frau zerkratzt folge ich dir auf Coonstagrant glaub mir du willst mich als Follower ich bin hier ein hohes Tier oh ja jeder will einen Randy Marsh als Follower finde heraus wer Randys Auto zerkratzt ok aber das klappt anscheinend hier nur in der Nacht wenn ich das richtig mitbekommen habe so haben wir sonst noch irgendwas hier ne da ist noch eine Tür kommen wir auch nicht durch ne das leuchtet nichts naja dann gehen wir aber auch mal zu den Maschern ins Haus ich hoffe du hast mir was mitgebracht hä ich bin nicht Billy ich vermisse meinen Hund Patches und sein fröhliches Abermaul Patches hätte mir Kondome gebracht hm die brauchst du aber auch nicht mehr wirklich dein Großvater wird nicht jünger Billy ich brauche diese Gummis ok also kein Selfie hey da oh mein Gott der eigentliche Grund warum du noch lebst ist dass ich es im Gefängnis nicht lang aushalten würde das ist kein Selfie so natürlich erstmal alles ausräumen Küche Gegengift Rezept Crafting ok Crafting schauen wir mal Crafting Rang 1 die Crafting App ermöglicht dir verschiedene nützliche Dinge mit Hilfe von Rezepten herzustellen die du auf deinen Abenteuern findest ok ein Gegengift stellen wir doch mal her plus 1 ok je mehr ich herstelle umso höher wird das Crafting Rang hier brauchen wir nämlich schon Crafting Rang 5 Kostüme ok ich denke mal das wird alles noch freigeschaltet mit der Zeit Margarita da will schau mal her ich hab Pischer gekippt nicht Pilschuppe scheiß T9 hier auch wieder tolles Familienfoto die guckt immer so da gehen wir mal zu Stand in Zimmer was haben wir denn hier ja hier kann man im Stab der Wahrheit nicht rein Charakterbogen von Toolshit schauen wir gleich auch mal so Heroin Held Videospiele nice so ok können wir so anscheinend auch noch nichts machen Fifi einschalten können wir hier noch was machen gut dann gehen wir mal hier rein können wir nicht anschalten so alles mitnehmen C-Körbchen Kopfbedeckung ok Kostümsammler auch ne Quest auch ne Quest ist man da vielleicht hm ne können wir sonst auch nichts machen so auch mal alles mitnehmen gesperrt ok war hier noch was einschalten ok so da haben wir auch alles mitgenommen was haben wir denn noch haben wir hier noch irgendwas ne hier haben wir anscheinend auch überhaupt nichts mehr gut dann haben wir hier auch alles ausgeräumt dann wandern wir erst mal weiter dann wandern wir erst mal weiter dann wandern wir erst mal weiter nicht so frech so kein müsste ja nebendran wohnen du hast also den Wolkenpalast erreicht das ist Human Kiles Basis vielleicht ist er ja da dann gehen wir noch mal schauen das hier ja genau die können wir wiederholen dann kommen wir hier hoch an die Tasche Stoffballen Kiles Necroplastifoto ok ah Moment ich wollte ja den Charakterbogen nachgucken verwendete Beschwörung 14 kann ich anscheinend nicht gucken ich hatte doch gerade diesen Charakterbogen vom Toolkit eingesammelt ok eventuell später dann dann aufzukeilen zu Jungen Kiles bisschen Strom verbrauchen da steht das schon aber ich will erstmal alles ausräumen bevor wir mit dem quatschen wiederbelebungs Verbrauchsgegenstand so hier können wir in den Garten mal gucken ob hier auch noch die Festung der Elfen steht nein sieht nicht so aus Human Kiles Basis Was haben wir hier nix 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 das leuchtet verdächtig hm ok können wir anscheinend auch noch nix machen oder ne klappt noch nix gut sonst war hier nix mehr oder 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 nein ok dann gehen wir erstmal rein dann sprechen wir mal mit Humankind mit Keller ging auch nicht wer zur Hölle bist du der Brutalist was das hier ist für den Anfänger eine Nummer zu groß es gab eine Anomalie im Universum ein anderes Ich Humankeit aus einem Paralleluniversum ist hier aufgetaucht und macht alles kaputt er ist oben in meinem Zimmer nichts kann ihn aufhalten ja dann lass uns doch wenigstens versuchen hallo ich bin der Brutalist lass den Kack gehts noch Gott und Arsch blödi blödi lass den Kack du Arsch gehts noch hey ich kann um dir zu helfen du lass den Kack so ich geh trotzdem nach oben schau wo sind wir denn hier Drake und Craig dampfende Überraschung Bastelpapier was kann man hier was ist los ey jo was ist los ey Selfie machen ja Selfie machen ja Selfie machen ach komm finde ich einen freundlichen neuer Follower Ike die haben ein Bild gemacht nice hey ich will auch machen du darfst nicht natürlich ihr dürft alle mit mir Selfies machen wenn ich euch finde auch hier die Prinzessin von Kanada auch leerräume ein Familienfoto der Proflowskis so was haben wir hier Toilette ja Kack Challenge natürlich und fokussieren los gehts die 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 nicht übel ausschütteln und die Kackfrust mit zwei Löffel Vollidon biogefahren schnitzeljagd das jaui projekt trifft dich mit crags vater in seinem haus ach das war ein jaui bild ja natürlich drogenfläschchen wichtiger gegenstand alles mitnehmen das ist es hier oben können wir anscheinend auch noch nichts machen vielleicht ist es auch gar nichts vielleicht ist es einfach nur deko ok schauen wir mal weiter gehen wir mal zur humankind